Um die Tafelkritzelein, Maike, meiner 10a zu zitieren. Guten Morgen, Herr Schröder, Sie Korrekturensohn. Es stand an der Tafel, ich schwöre es euch, Korrekturensohn. Habe ich gesagt, Kinder, wer von euch hat das geschrieben? Korrekturensohn? Wer von euch hat das geschrieben? Das ist genial. Ja, Korrekturensohn, das ist eine Wortneuschöpfung. Korrekturensohn, das ist ein Neologismus. Das ist eine verbale Klangfusion, das ist richtig geiler Scheiß. Habe ich gesagt, welche von euch hochbegabten Klassenzimmer am Möben hat das geschrieben? Meldet sich der Justin, meldet sich der Justin, sagt, Herr Schröder, Herr Schröder, Herr Schröder, ich war es, ich war es, ich war es. Da sage ich, Justin, glaube ich jetzt nicht. Das Dreht지는 nicht. Einmal ein weißes, lender seine Person.